Ist das oben oder unten? Also, ist das oben drauf oder unten? Und hier drinnen? Mit diesem gelben Typen? Okay, da ist auf jeden Fall jemand. Shit. Komme ich da jetzt rein? Na, klasse, da drüben. Shit. Shit. In die Eier. Ah, ich weiß. Nicht die feine englische Art. Da ist der nächste. Ich hab schon wieder so ein Laserding gesehen. Ist der da dran? Ja, der ist da dran. Hinterher, hinterher. So. Da gibt's jetzt die Schrotflinte. Moment. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Und? Verstecken. Ach, in dem Fall. Moment. Jetzt bleibt mir mal stehen mit dem Kopf. Geht doch. Lass mich hier noch alles so rumliegen. Tränkeautomat. Hat jemand Durst? Kann man echt benutzen? Cool. Ah, was haben wir hier? Schon wieder das Ding. Brandgeschöße nehmen. Interessant. Noch mehr Brandgeschöße. Oh, noch Raketenwerfer. Sprengladung. Kann ich da bloß eine nehmen, oder was heißt das? Splittegranaten. Eigentlich bis zu 10. Munition für MP ist voll. noch mehr Brandgeschöße. Das haben wir hier noch. Schaut nach Raketenwerfer aus. Hm. Ja, ne. Eigentlich mach ich ja die lieber. Könnte ich hier eigentlich komplett voll machen. So. Jetzt sind wir hoffentlich ausgerüstet. Oder? Oh, Schrotflinte. Hab ich Schrotflintenmunition übersehen? Ähm. Ne. Aber der Rest ist dafür voll. Ah, Sprengladungen. Drei Stück. So. Okay, dann sind wir halt jetzt ausgerüstet. Einigermaßen. Wir können sehr weit gehen, oder? Ach, das war das. Das ist das Waffenlager. Okay. Was ist eigentlich gerade mein Ziel? Zerstören Sie die Flugabwehrgeschütze? Äh. Ja, hab ich gemacht. Könnt ihr hier noch ein bisschen Unruhe stiften? Ist hier noch jemand? Hallo? Nein. Nein. Schaut irgendwie schlecht aus. Hallo? Ja. Hm. Ich werde auch nicht entdeckt, oder so? Hm. Wow, jetzt voll eingeschlagen. Ah, okay. Hier muss irgendwo jemand sein. Die Anzeige geht auf jeden Fall hoch. Da ist einer. Hihi. Weg damit. Tarnfeld aktiviert. Das sind welche. Das sollten auch welche sein. Die sind gerade aus dem Auto ausgestiegen. Hä? Ich bin verwirrt. Da drüben. Da drüben. Tarnfeld aktiviert. Alter. Erschieß ihn. Klasse. Komm, ein Habino. Uh. Die sind ja noch mehr. Boah, dammit. Ist hier nicht noch einer? Nö, aber auf dem Boot. Ähm. So. So. Dann. Hä? Boot. Okay. Der geht auf mich. Wo ist denn das Boot jetzt hin? Boot? Hm. Scheint sich aus dem Staub gemacht zu haben. Ich komme mir irgendwie vor wie auf dem Präsentierteller. Das können wir gar nicht. Was ist hier so? Tasche? Äh. Ach nein. Das ist ein Motor. Keine Tasche. Hm. Mal speichern. Ich bin jetzt leicht überfragt. Woah, 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 woah. Gerry, woah, 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 woah... Toll. Hab ich nur seinen Helm gekriegt. Als. Wollt keine maximale Stärke. Da ist der nächste. Das sind gleich zwei. lalalala wenn der mich jetzt anzieht dann geht es hier rund okay ist bei mir geht sowieso immer rund nein 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 nicht doch die und wo shit Heilige Scheiße, ey. Ist da eine Zukunft irgendwo hingehen, wo ich weiß... Äh, nein, wo ich schon mal war. Sprich, wo ich weiß, dass es sicher ist. Äh, äh, äh. Ja, da. Okay. Wow, ah, da. Komm schon. Das ist immer wieder faszinierend. Ich damit fast besser treffe. Das ist noch ein Heli. Das finde ich jetzt... Sehr deprimiert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. In deinem Gesicht. Tja. Puh. Das war schon ein bisschen erfolgreich. Tarnfeld aktiviert. Naja, ein bisschen. So, nein. Was ist denn? Näh. Ah. So, und... Kill. Jetzt brauche ich nur noch mal einen Raketenwerfer. Raketenwerfer gab es da drüben. No, nein, 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 nein. Raketenwerfer. Vergiss es, du kriegst mich nicht. Meins? 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 Jetzt müssen wir noch damit... Heli finden. Der Helis Geschichte demnächst, würde ich sagen. Wenn ich ihn finden würde. Das dumme Boot. Das Boot... Um das Boot muss ich mich auch noch kümmern. Aber zuerst der Heli. Der stört mich persönlich mehr. Schlotwänden-Munition. Naja, balle halt von deinem Wasser aus. Ich bin hier auf Land. Komm her, du Mistvieh.